Oh Gott! Bestimmt gibt es irgendeine Methode, die mich resistent gegen die Hitze darüber macht, hiervon macht und eigentlich... Keine Kämpfe! Moment, du bekommst jetzt erstmal ein Orange-Gel. Ja... So viel, wie sie umzahlen muss! Ja, ja, ja! Ich hab doch gesagt, keine Kämpfe! Ja! Ja! Ich hab das Gefühl, ich werde bald zu selbigem, wenn das so weitergeht. Da bin ich nur noch hier eine erscheidene Existenzbeglage. Aber ich könnte ja mal... Das ist doch toll eigentlich. K.P. Okay. 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 Ja, auf der Lava kämpfen wir jetzt. Ja, ja, ja! Gerne, gerne! Bitte! Bin ich überhaupt nicht auf heißen Sohlen unterwegs während dem Kampf? Ja, das ist egal! Ja, ja! Dann kann ich mich trotzdem nehmen. Das weiß nicht sein, bisschen. ?! Nichtählt! Nein! Das weiß nicht! Gut, gud, 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 gud! Gut. Jetzt macht mir zu schaffen. Da komme ich mir vor wie im Backofen. Autschi. Ah, du hast es schon von alleine des Zeilens gemacht. Das ist schön. Amba, wieso Kars testst du nicht? Guckt euch mal um die Hunde. So, ein kleines Wauwau ist weg. Ist der Hitze zum Opfer gefallen? Einfach cool bleiben. Ein schönes Heißessen. Das ist das Erfolgsrezept bei Hitze. Du hast gerade deine Kameradin geheilt, hä? Das klopst aber nur du. Ach, Magier sind böse. Jedenfalls, wenn sie auf der feindlichen Seite sind, weil sie feindlich gesinnte Kreaturen des Bösen sind. Ergibt das Sinn? So, deine Heilerin ist weg. Jetzt wirst du auch jede Sekunde weg sein. Luna, Laser! In your face! Oh yeah! Disco! Ja, dann Bürgermeister Leonis geht regelmäßig in die Disco. Alles klar. Ja, warum nicht? Ich bin zwar alt, aber nicht so alt. Autschi. Warte, es gibt erstmal Strafe. Ich zeig dir, was eigentlich richtiges Lightning ist. Autschi. Autschi. Ui. Immer noch lebendig, hä? Was lässt sich ändern? Ach, der schöne Firestorm. Der dir dein... Ne? Versüßt. Er verbrutzelt. Ach, weg ist sie. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Weg ist sie. Pfff. Hahaha. Was war das denn? Oh Gott. Ich werde gemobbt. So. Ja. Ach, das Aide reicht auch. Was hast du eigentlich aus? Voll. Oh Gott. Mein Schutz hält dich fern? Was auch immer das heißen mag. Jetzt geht das wieder los. Ich muss sie irgendwo draufstellen. Wetten. Oh Gott. Oh Mann, wer hat sich denn das ausgedacht? Ich möchte gerne irgendwer in den Hintertreten dafür. Ja? Wäre das möglich? Jetzt kriegen wir irgendwelche Zeug, von dem ich keine Ahnung habe, was es sein soll. Ja, ja. Okay. 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 Was? What? Das wird ein Spaß, ey. Wenn wir die Orange Gales ausgehen, bin ich des Todes. Yep. Aber sowas von des Todes. Okay, die muss ich besiegen. Eif-Tornado! Demonic-Taguer-Blade! Hoffentlich muss ich nur die beiden da oben an der Tür auf diese komischen Plattformen schieben und nicht diese Wachen da ganz hinten. Das wird nämlich ein kleines bisschen befressen. Oh, nur so ein ganz, ganz bisschen. Das ist irgendwie die Unglückswoche. Yep. Pau-Pau-Hammer! Und die sind immer noch am Leben. Ach, diese sind auch da oben. Was war das denn? Wieso tötest du Luft? Also wirklich. Wieso tötest du Luft? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Es ist down. Leuchttrank. Sind das überhaupt... Oder sind das dort ein Thron? Ich weiß nicht, ich muss mich erstmal healen mit Nurse. Ja. Ja. So. Ja. Okay, da müssen wir das drauf schieben. Stimmt. Die Figuren da oben! Aber wie wir das machen... Das machen wir dann in der nächsten Folge von... Tests of Fantasy, ihr kleinen Freunde der Nacht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.